Hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk. Heute möchte ich mit dir über den Winter sprechen. In Deutschland beginnt die Winterzeit offiziell am 21. Dezember. Trotzdem fühlen die meisten Menschen, dass der Winter schon früher anfängt. Normalerweise ist es schon im November sehr kalt in Deutschland. Und viele Menschen fühlen sich, als wäre der November schon ein Wintermonat. Aber wie gesagt, offiziell beginnt der Winter in Deutschland am 21. Dezember. In Deutschland ist es im Winter oft sehr dunkel. Es wird morgens später hell und abends früher dunkel. Das heißt, der Tag wird kürzer. Darum bekommen viele Leute ein bisschen Winterdepression. Sie bekommen eine Wintermüdigkeit. Die Leute fühlen sich, als hätten sie weniger Energie und sie sind ein bisschen unmotivierter. Und ja, sie fühlen sich allgemein ein bisschen müde. Im Dezember geht das aber meistens noch. Im Dezember gibt es nämlich Weihnachten. Und die meisten Menschen, vor allem Kinder, freuen sich sehr auf Weihnachten. Es gibt also etwas, worauf man sich freuen kann und weshalb man die Wintermüdigkeit ein wenig vergisst. Weil es in Deutschland im Winter oft sehr kalt ist, braucht man natürlich gute Winterkleidung. Zum Beispiel einen Wintermantel, Handschuhe und Winterstiefel. Die Deutschen lieben es auch, im Winter rauszugehen und zum Beispiel spazieren zu gehen. Für viele Deutsche gilt das Motto, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Daher haben viele Deutsche sehr gute Winterkleidung. In Deutschland sind die Gebäude meistens sehr gut isoliert und es gibt eine Heizung in den Wohnungen und Häusern. Darum ist es in der Wohnung auch im Winter angenehm warm. Ich lebe im Moment in Japan. In Japan haben die Häuser keine Heizung. Es gibt nur eine Klimaanlage oder ein Heizgerät. Deshalb ziehen sich die Menschen in Japan im Winter auch in der Wohnung ein bisschen wärmer an. In Japan scheint im Winter öfter die Sonne. Deshalb habe ich zum Beispiel hier im Winter mehr Energie. Morgens wird es auch früher hell und abends später dunkel. Ich merke diesen Unterschied sehr. In Deutschland hatte ich weniger Energie. Viele Deutsche trinken deshalb sehr viel Kaffee und Tee in der Winterzeit. Ihr Konsum erhöht sich. Ich trinke keinen Kaffee. Ich trinke lieber Tee. In Japan wird es natürlich im Winter auch kälter. Man braucht auch gute Winterkleidung. Im Winter verbringt man natürlich ein bisschen mehr Zeit drinnen. In der Wohnung oder in Gebäuden. Es kann auch schön sein, es sich zu Hause in der Wohnung richtig schön gemütlich zu machen. Viele Deutsche machen zum Beispiel eine Kaffee- und Kuchenzeit. Sie treffen sich mit ihrer Familie oder ihren Freunden und trinken ein heißes Getränk und essen dazu ein Stück Kuchen oder ein paar Kekse. Ich trinke auch sehr gerne Tee, besonders im Winter trinke ich viel Tee. Der heiße Tee wärmt schön von innen. Im Winter lese ich zum Beispiel auch mehr. Dadurch, dass es draußen kalt ist und öfter regnet oder schneit, ist man öfter in der Wohnung und ich nutze diese Zeit, um zu lesen. Außerdem lerne ich im Moment Japanisch. Im Winter kann ich diese Zeit in der Wohnung also auch gut nutzen, um Japanisch zu lernen. Und wie ist das bei dir? Was machst du am liebsten im Winter? Hast du viel Energie im Winter? Oder hast du auch ein wenig Winterdepression? Welche Aktivitäten machst du gerne im Winter? Schreibe deine Erfahrungen mit dem Winter, auch mit dem Winter in Deutschland, in die Kommentare. Vielen, vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende geschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gebe einen Daumen nach oben und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das jetzt tun und mich und meine Arbeit unterstützen. Außerdem verpasst du kein weiteres Video von Learn German with Falk. Jetzt wünsche ich dir wie immer einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald!